Ja, manche Deutsche haben in meinen Kommentaren geschrieben, dass sie wissen wollen, welche Deutschen kommen hier eigentlich rein nach Ungarn. Also es sind eben Deutsche, die sich auch überlegen, in ein anderes Land jetzt auszuwandern wie viele. Und die wollen halt wissen, okay, für welche Deutsche ist Ungarn geeignet. Und dann bekam ich einen Kommentar von einer Dame, glaube ich, die hat gesagt, okay, sie hätte in irgendeinem Facebook-Auswanderung mit irgendwen geschrieben. Und man hat sie gefragt, okay, wenn sie nach Ungarn auswandert, dass sie doch bitte ein Haus über 100.000 Euro kauft. Das ist ja absolut Standard, weil sonst, wenn sie da runter bleibt, bekommen sie in Ungarn, die andere hat wohl schon länger in Ungarn gelebt, bekommen sie nur die Armutsmigration. Und das wollen sie nicht. Und dieses Statement möchte ich mir jetzt mal aufgreifen, dass viele Deutsche, also wenn es euch noch so gut geht, ja, dann gönne ich euch das, das ist okay. Nur es kann ziemlich schnell passieren, dass ihr mit wesentlich weniger zurechtkommen müsst und nicht eben diesem Luxus, was ich ja auch... Auch viele schreiben mir irgendwelche dumme Kommentare wegen meinem Haus rein. Nur in meinem Haus, ich mag das eben sehr ganz normal, ganz einfach zu leben. Nur was sich eben manche Leute vorstellen mit Luxus willen, vielleicht seid ihr dann doch besser in Dubai oder in Florida aufgehoben. Nur grundsätzlich, wenn ihr Simple Life wollt, also wirklich ein einfaches, freies Leben, dann ist man wirklich gut in Ungarn aufgehoben auf dem Land. Zum Beispiel, wo eben die Leute sich selbst ernähren, da braucht man auch nicht Hektare, was wir irgendwelche Leute geschrieben haben, wo man eben dann einfach und gut leben kann. Und stellt euch doch mal die Situation vor, ich weiß von vielen Deutschen, ich weiß auch von früher von mir, jeden Tag geht ihr zum Briefkasten und dann macht ihr die Post auf, da kommen diese Beschwerde, diese Rechnung und dies und das und das. Und gerade viele Deutsche, auch das Paar, wo ich neulich eben war, finde ich auch sehr gut, dass sie sich von dem absolut unabhängig machen wollen. Und stellt euch mal vor, ihr kommt morgens raus, ihr habt vielleicht noch einen Postkasten, nur da habt ihr nicht diese ganzen Stressbriefe drin. Und das ist jetzt wirklich mein Plädoyer wirklich für ein einfaches Leben. Das heißt nicht, dass man sich nichts mehr gönnt, nur dieses völlige Überflüssige, was ihr in Deutschland habt, doch dort mal mit aufzuhören. Wenn ihr nach Ungarn auswandert, sonst müsst ihr vielleicht gar nicht nach Ungarn auswandern, eben andere Länder oder ihr bleibt gleich in Deutschland. Ich weiß, dass es nicht alle Deutschen so sind, ein Glück nicht, nur ich habe das jetzt immer wieder gesehen und ich finde eigentlich die Vorstellung schon ziemlich pervers, dann andere Deutsche auch anzugehen, weil sie nicht teuer genug, nicht preislich hohe Häuser kaufen und so. Was soll das? Also in diesem Sinne könnt ihr ja mal darunter schreiben, was ihr davon haltet oder wie eure Meinungen dazu sind. Und in diesem Sinne, liked das Video, abonniert den Kanal, macht es guter Song, dann tschau tschau.